Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rocket League. Hi. Servus. Und von mir auch ein Hallo. 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 Dann auf ein gutes Gelingen. Genau. Ich bin jetzt ein Pirat. Kann nur besser werden. Na ja, letzte Folge haben wir eine Folge, also einen Part gewonnen. Ein Spiel gewonnen, eins verloren, also das passt schon. Kann man mal machen. Ein Part einer Folge, ja. Passt alles. In der Tat. Jetzt schafft es. Ich will jetzt mal den Paladin. Ja, los geht's schon, ne? Der Paladin. Na, ich hab noch schnell gewechselt, das hat auch gepasst. Auf dem PC komm ich mit Paladin am besten, klar. Wie mit dem Auto. Du hast ja das Spiel zweimal gekauft. Einer von euch fährt. Ja, ich fahre. Auch ein PC war es einmal zum Angebot. Was hat das für ein Cola-Bällchen? Ey. Fangen wir da an, wo ich am anderen Spiel aufgehört habe. Nein. Nein. Jetzt springe ich daneben, ich... Alter. Das war wirklich... Ja, das klingt super. Der Ball war sehr schnell, er wurde nicht zugekommen. Ich hab reingemacht. Egal, Konzentration. Das schaffen wir schon. Ich fahre. Oder auch nicht. Wenn ihr alle beiden auch fahrt. Ja. Spooky, die... Das sind irgendwelche spooky Leute. Spooky. Ja, tschüss bekommen. Stefan, ich raste auf dem Tor, ey. Och mann. Und dann nervt, dass die immer in den Weg stehen. Ja. Die anderen. Oh. Och mann, kannst du aufhören damit? Und was mach ich da? Oh oh. Oh oh. Aber mann, es wäre peinlich geworden, wenn wir gegeneinander geknallt wären, ne? Mhm. Weil ich stehe dir an die Schulter für jemanden. Nein. Ich habe die Schulter für jemanden. Weil es kann. Die fahren alle dran vorbei. Außer ich. Ich mache ihn auch in die Mitte, bitte. In die Mitte, bitte. Ja. Du musst auch nur sagen, in welchen Mitte. Boah. Die gegnerische Mitte. Nein. Ach mann. Ah, die... Naja. Fuck jetzt. Es fängt gut an. Genau wie die andere Folge aufgehört hat, fängt diese an. Ja. Wer fährt? Die gehört. Erst Ballerkontakt. Yeah, ich habe 10 Punkte erhalten. Holt. Wolle ich. Pingpong. Oh, nach vorne. Okay, gut. Fein. Oh, keine Chance. Verdammt. Jetzt. Schade. mal hoch 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 hol den Tür er sagt wo du stehst ich stand direkt vor dir jetzt noch nein Pfosten falsche Richtung nein wir alle sind schon gegenwärtig wegdeunen ach warum musst du denn da noch rumstehen der Typ er macht das Tor das kann ich auch machen die ganze Zeit hier im Tor stehen und irgendwann ein Tor machen Dennis wird sogar hüpfen müssen fuck it, es läuft gerade alles andere als gut es läuft perfekt also es muss auch mal sein kann ich nur gewinnen doch kann man schon wäre aber gut ja wenn man weiter vorankommen will schon vor allem wir sind ja gerade so grottig dass wir uns einfach abziehen lassen am Ende ja jetzt ja schön der geht zumindest ins Richtung Richtung Tor ins Richtung ja ins Richtung ich bin guter Deutsch ich bin sehr guter Deutsch ich flenk falsch rum oh hä was macht ihr für Bewegungen dabei das kann doch gar nicht richtig sein dankeschön jetzt kriegst du auf mich sondern krieg ich ihn der kickt eigentlich schwer oh man oh man oh man oh man vorsichtig alle nur irgendwie versuchen nicht das vierte Tor zu kassieren ne scheiße nein weg da oh man oh man oh man was eine Spannung hier wer macht das erste Tor äh das nächste Tor ne die drei Penner die von einem Kampfsportler yay jawoll gut gut yay das war ein Field Goal oh 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 hui hui da wollte der Mino ich fahre bleib mal stehen bleib beide mal stehen ich fahre du weißt dass das nicht geht auch nein wenn du guckst wie es aussieht finde ich ja nur genau durch die Mitte von euch rasen damit die noch ein Tor machen oder was ja wir haben die so schon drei rein geil aber wir haben noch 1,27 3,2 3,2 ist besser als 4,1 ich bin jetzt leise ach quatsch na toll oh oh Gott sei Dank da war mehr Glück als das andere dabei ach man ich will auch mal den Ball berühren ne berühren nicht berühren ich liebe sie ne ich war grad voll zerfetzt ey der eine hat mich der eine hat mich hochgehoben und der andere ist von oben drauf ich drauf gesprungen wird so tot weil ich explodiert bin ey was ist passiert da ey wie der da fliegt nein Entschuldigung so war nach vorne ja da vorne ist nur keiner ich denke da denn das ihr hasst mich doch alle nur weil ich der der Lorien bin ja ach manch doch Gott sei Dank ui gut gemacht ey aber ich war weg zum Tor ne direkt nach vorne ah Mist so so ist diese Nicht-Ballkamera und die ist scheiße ach Dennis so bitter ist jetzt aus ja irgendwann muss man die ausprobieren toll 8 Punkte jetzt sind wir gleich wieder auf den Start erklärt jetzt müssen wir mal wieder gewinnen ich hab die Königskrone bekommen ich hab Candycorn erholt oh diesmal umgedrehte Reihenfolge Dennis hatte ich von nix hingekommen mhm und ich bin erster doch ein Rettung und ein Schuss ich bin immer zweiter also ja wie warum hast du immer Punkte als ich das läuft bei mir ne das ist einfach nur scheiß Snoop Shooter ETA du musst mir langsam mal ein längeres Headset Kabel kaufen dann kannst du auch in der Mitte vom Fernseher sitzen wäre angebracht dieses Schweigen danach das ist auch geil ja da kommt jetzt irgendwann und dann so f*** mich leere Stille ich war wieder der Lancelot ok ok der gut da hätte ich einen Tor mitmachen können doch gut dass der Steffen einfach losfährt ne sagst du mir am besten vorher dann weiß ich auch Bescheid ach komm die machen jetzt doch kein Tor weil ihr Noobs seid doch nein doch Dennis wie bist du denn eigentlich wo bist du denn ich war direkt da wo siehst du jetzt da und dann sagst du wie so die Ups wenn du selber mal vorbeifährst ah ok ich bin dann nur da vorbeigefahren weil ich nicht vorte dass er reingeht erst mal Kontakt und ich flieg ins Tor fast ähm ok ok vorsichtig der kann ihn doch rohlen direkt wenn der Steffen mir in den Weg fährt ja sie ist wieder schuld er wird die Schuld auf andere schieben so so vorbeige ach mann könnt ihr meine Ball in den Boden lassen das sollte eine Vorlage werden ja aber eine für den Gegner super wir brauchen auch Vorlagen für uns ne leute das gibt nix in diesem Part den besten Trick löschen ey ne tun wir nicht wenn man hier nicht nachvollziehen kann welchen doch kann man durch die Punkte ja so Ball kommt langsamer in die Mitte das ist wirklich langsam ja das ist zu langsam das ist nochmal in die Mitte auch nicht schneller aber doch ooooh ah fuck nein ich bin am Tobi vorbeigefahren jetzt komm ich zu spät nach hinten keine Sorgen ui wenn Papa das macht dann macht er was falsch klar ach das ist super gemacht Dennis jawoll ne die wir zerfetzen uns hier gerade ich glaub wir machen dann eine Aufnahmepause und machen morgen weiter ich glaube nicht stellt euch nicht so an ihr müsst doch mal Niederlagen verkraften auf die zweite ist doch egal oh Dennis ich hab den Weg frei gemacht pass ihn an die Mitte den Meister pass ihn in die Mitte er ist doch in der Mitte also noch mehr in der Mitte geht nicht in Loops sorry mich hat auf einmal nur gewundert dass alle auf einmal am Ball vorbeifahren so rein damit deswegen fährst du auch vorbei ja am Schluss jetzt drehen wir das Ding noch ja genau wir können theoretisch wir haben über die Hälfte am Zeit fahre fahre nicht wo wir da durchfahren fahre nicht wo wir da durchfahren fahre fast ui er bleibt bei ich über euch äh ja ja den hole ich hole ich ja jetzt hole ich ihn in der Mitte bei ihm gibts doch nicht fack 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 ich bin auch vorbei Oh, Bein in der Mitte. Entschuldigung. Mach ihn rein! Ich mach ihn! Nicht! Wie scheiße war das denn grad? Das war wirklich extrem scheiße. Sorry. Stepped alive. Ich fühl mich total schlecht. Das Ding war. So, dafür machen wir jetzt zwei. Wir drehen das Ding. Wir haben nur über die Hälfte Zeit. Wurde jemand in der Hälfte drei Tore gemacht und wir zwei? Ja. Ich antworte irgendeinen Quatsch. Ja. Einfach mal klar sagen. Ich hab ja gut geschossen. Hoi. Oh, ich dachte da hinten ist noch einer von euch. Mach ihn nicht rein. Gut vergessen. Stefan. Oh oh. Stefan. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Jetzt hast du freies Schussfeld. Ich muss mir erstmal in die Mitte legen. Kommt schon Leute. Das schaffen wir. Wir haben noch genug Zeit. Die sind nicht so gut. Ja. Fügen wir, ne? Ja. Ja, aber weil wir scheiße gespielt haben in dem Moment. Wir haben scheiße verteidigt, besser gesagt. Aber die verteidigen selber nicht gut. So. Nur für die Chancen, die wir jetzt schon verkackt haben. Wir brauchen mal in die Mitte. Ja, das ist schwer bei... Oh oh. Den, danke. Die sind gar nicht so toll, finde ich. Wir alle versuchen den Ball in die Mitte zu passen. Ja, danke. Fuck. Gibt's echt nicht. Kriegst du den Stefan? Ne, der ist noch viel zu hoch gewesen. Nein. Oh, da wette ich den auch noch. Was machst du denn? Ja, hier. Nein. Eine Minute. Oh, deine Mitte. Ja. Ja. Sehr schön. Ausgleich. Jetzt Konzentration. Ja. Es kann noch was werden. Durch die Herfall ist auch nicht schlecht, ne? Ich will das so angucken. War ein schönes Tor. Danke. Wer fährt? Ich. Ich auch. Ja, ich flieg den Ball hinterher. Nein. Pass auf Stefan. Kriegst du? Ich hab ihn so halb. Sorry. Den kannst du haben. Nein. Wir sind zurück. Nein. Nein. Ah. Puh. Ich will da finally screw. Oh nein. Ich weiss's Nein 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 nein. Nein 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 nein. Komm schon bitte mit langsam. Sorry. Ich hab den also blof erwischt. Ich versuch noch zu retten und hab ihn reingehaut. Na ja. Puck. Wir haben noch 27 Stunden. Es ist doch deine Schuld, Denis. Wer fährt? Ich. Wir haben gerade 20 Sekunden gebraucht um das Tor zu machen. Fuck sorry. Ja kommt schon. Nein! Ja! 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 Wie wir uns da reingeworfen haben. Und du wolltest die Aufnahme löschen. Denis und ich in den Ball geworfen habe, wenn du den reinmachen kannst. Gut, fahr du Steppe. Ich fahre. Gut, das wird gleich Nachspielzeit geben. Die ersten paar. Vorsicht. 5 Sekunden noch, passt auf. Nachspielzeit. Wer fährt? Ich fahre. Gar nicht. Fuck, der war auch gut. Fuck. Ey. Ihr müsst nicht hart gehen müssen. Was? Ja, ihr habt nicht die ganze Zeit gerammt, irgendeiner von euch. Egal, egal. Ja, der kommt gut. Mach ihn rein! Fuck! Ich kam von der anderen Seite. Ja, ich kam richtig. Hört doch, dass du ihn dann machst. Pace. Hol ihn euch, ihr freies Spielfeld. Pammt! Hier, Stefan, holen wir. Mach ihn rein! Warte, was ist ein Tor? Scheiße. Weg damit. Wart schon. Wir müssen das Ding gewinnen. Wir müssen einspielen. Ruhlig. Fuck. Ruhig, schnell. Nein, 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 nein. Danke, danke. Ich bin noch da. Wir machen den Weg frei, irgendeine Bank. Ja, komm schon. Ja, ja. Jawoll. Ich Beste. Sauber. Erst gerettet und dann das Tor gemacht. Deswegen, ich Beste. Ich bin der Partner gerettet für uns. Ja, ich bin der des Tages. Und dann noch nur 8 Punkte, ne? Ai, ai, ai. Ich hab nen Schneemann bekommen. Ach so, 1000 Punkte, ne? Ich hab Flügel. Ach du Scheisschen. Danke für... Danke fürs Zusehen, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.